Ja ich wurde wieder ohnmächtig geschlagen. Ja ich dachte wir wollen los hier. Ja sagt das Deich man. Die sind richtig dumm man. Die sind doch nur auf Mucca. Die machen ja lustig was die hier machen. Ja wir warten noch eine halbe Stunde bis ich wieder wach werde. Ok go. Sind alle dead there die gefangen wollen? Alle anziehen anziehen. Jo alle da. Sind alle fertig man? Ok Leute wartet ihr schon aufs Klo? Ja. Jo. Ok. Wie fett die Flasche von dem Gabeln einfach ist. Ab gehts. Leute der Ausflug startet. Nixus zählt. Das aussieht wie so ein Klassenausflug. Ne ne ne. Es wackelt ein bisschen. Wir sind ein bisschen besoffen. Schlapp mal schlapp mal. Drivers Drunken. Schlapp mal schlapp. Wenn du schlägst ist noch geiler Mucca. Mucca du musst schlagen schlapp mal. Schlapp mal schlapp mal schlapp mal. Waaay woaa. Brrrr. Brrrr. Next Bus Stop Moskow. Das ist ein Hai. Der hat aber so wenig Gewicht. Der sieht so behindert. Das ist echt so ein Bus. Lass mal so eine Glastür machen. So vom Tapehaus und so. Glaswände und so. Und dann machen wir die gelb an wie so ein Schulbus. Und dann nehmen wir den noch. Und dann können wir Leute umcoachieren. Ja man dann nehmen wir den. Dann haben wir unser Schoolbus. Aber die haben glaube ich nicht viel. Bei mir heben wir grad ab. Bei mir fliegen wir grad durch die. Oh das war nice. Wir haben alles gesehen auf der Map. Loll er hat seine. Er hat seine Flakristen an. Er hat seine Hälfte. Du kannst die Handschuhe ja anbehalten. Du kannst die Handschuhe ja anbehalten. Du brauchst ja nur den. Naja aber der hat die Hosen an. Weil ohne den Hosen frierst du unten. Der hat einen Offline-Schutz drin. Die Mauern haben 40.000 rein. Nein meine Hose hat mehr Isolation. Aber der hat nix. Er hat ein kleines Metallhaus. Den lohnt sich. Ja lass den doch weiter. Oh Gott oh Gott. Oh wow wow wow. Wer fährt? Ich kann nicht fahren. Weil irgendjemand eingestiegen ist. Wer dich jetzt getötet hat. Wer fährt den Schulbus logge? Ich weiß nicht. Wer mir den Schulbus geklaut hat. Bei mir sitzt da gar keiner. Bei mir sitzt da auch niemand. Bei mir sitzt da auch niemand. Der ist auf Metall eingestellt. Hey Schulbus. Ich will auch in die Schule. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? What the fuck? Ey. Angliff. 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 Ich kann nicht drauf sitzen. Mooka. Wie habt ihr eigentlich gesagt? Basila oder so. Krasala. Mooka bitte. Mooka bleibt mal kurz ruhig bitte. Wir müssen aufsteigen. Treff ich die überhaupt? Alles gleich sitze. Ich sitze auch. Holy shit ey. Habt ihr hier sitzt einer? Ja. Nein ich nicht. Ja ich pack ihn in die Flasche rein. Dann Dani schütt hinterher. Wir haben beide getötet man. Easy. Alles klar. Muss ich kurz richtig hinsetzen. Jetzt nicht drin. Jetzt nicht drin. Aber Dani nicht während der Fahrt aufstehen. Ey tut mir leid. Ich hab die Handgrenze vergessen anzuziehen. Er ist weggefahren. Ist den Berg runtergekullert. Soll ich echt auf Aussage? Ich skill echt mal auf. Ja. Jo das lohnt sich bei denen. Jo das lohnt sich bei denen.